Politik Niger ist eines der wichtigsten Transitländer für Flüchtlinge. Photo Picture Alliance dpa Frankreich geht in der Asylpolitik neue Wege in Kürze eröffnet die Flüchtlingsbehörde Büros in den afrikanischen Transitländern Niger und Schad. Durch Prüfung der Asylchancen vorab soll der Zustrom von Wirtschaftsflüchtlingen eingedämmt werden. Frankreich will bereits in den kommenden Wochen Büros in den afrikanischen Transitländern Niger und Schad eröffnen. Um den Zustrom von Wirtschaftsflüchtlingen einzudämmen, sollten Ausreisewillige ohne Chance auf Asyl zudem besser über die Situation aufgeklärt werden, sagte Präsident Emmanuel Macron nach einem Treffen mit Unflüchtlingskommissar Filippo Grandi. Wie der Elysepalast mitteilte, sollen bereits Ende Oktober erste Mitarbeiter der französischen Flüchtlingsbehörde OFPRA in den Niger reisen. Nach Angaben von Macron will Frankreich in den kommenden zwei Jahren 10.000 Flüchtlinge über das Umsiedlungsprogramm des Unflüchtlingshilfswerks UNHCR aufnehmen. Wie der französische Innenminister Gerard Kolumb mitteilte, sollen 3.000 dieser 10.000 Flüchtlinge in Zusammenarbeit mit dem UNHCR im Niger und im Tschad ausgewählt werden, die restlichen in der Türkei, im Libanon und in Jordanien. Mehr zum Thema mit der Ankündigung setzt Macron eine Zusage eines Gipfeltreffens zur Flüchtlingskrise, um an dem Ende August in Paris neben Macron auch Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie die Staats- und Regierungschefs Spaniens, Italiens, Libyens, des Tschad und des Niger teilgenommen hatten. Die europäischen Staaten beschlossen dabei, die Asylchancen von Flüchtlingen künftig womöglich schon im Tschad und im Niger zu prüfen. Zuvor hatte Macron mit der Ankündigung für Wirbel gesorgt, noch in diesem Sommer sogenannte Hotspots in Libyen einrichten zu wollen. Später ruderte das Präsidentenbüro aber zurück und erklärte, wegen der großen Sicherheitsprobleme in dem Krisenstaat seien solche Registrierungsstellen für Flüchtlinge dort derzeit nicht möglich. Quelle ntv.de